Musik Herzlich Willkommen zu Monoing TV Folge 148 heute aus Pratteln. Wir sind in der Schweiz und spielen hier heute eine Doppel-Headliner-Show mit unseren Freunden von der letzten Instanz. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Bis später! Musik Leute, habt ihr eigentlich schon mal gesehen? Ich bin das erste Mal in einem Katalog. Da haben wir ganz schöne Produkte mit kleinen Geschichten. Also unbedingt mitnehmen. Hübschen Frauen, vielen CDs, exklusiven Artikeln und natürlich die Tourtermine. Natürlich suchen wir immer noch den Fan der Woche, der in der Folge für morgen ausgesucht wird. Und zwar warten wir auf eure Einsendung. Schickt uns Aufnahmen, wo ihr Songs von Monoing singt. Schickt uns Videoaufnahmen, Tonaufnahmen, Waffdateien, was immer ihr dabei habt, was immer ihr schon aufgenommen habt oder aufnahmen möchtet. Wir sind total gespannt an tv.mole-ing.com. Nicht der beste Sänger gewinnt, sondern die coolste Aufnahme. Schickt uns. 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 Schickt uns.